hallo mein liebes spartan und willkommen zurück zu einer neuen folge bad wars mit dem doapo hallo hallo ja genau ja es kam sehr lange kein video ich habe ja auch ein info video letztens eher gesagt heute gemacht und ja wie ich war auf dem app kingdom und und ja es liegt warum legt es denn so wir sind heute sehr gut in reden sind wir eigentlich fast immer ich habe nur als kind von teebeutel gekriegt wenn ich kenne was ich denke ich kann sogar gut aussehen ist nennen ins kinden ganz heiß und dort sind einsam skin nein das ist kein 1 man sieht bei diesen einen zahn den resten also ja ich kann nicht so gut was müssen das war jetzt ein fehl ein kleiner fehl also passiert nicht immer ich bin mit dem leben oder wie fast immer ja was ist erzähl los redet mit mir spielst du bist du ein jahr viel rum wo sie machen ganz viele m so einig von so viel herr und der sagt einfach nein aber wenn du auch nicht kennt er ist ein architekt bei mir ein master architekt sogar mit party der sehr inaktiv ist und du auch nicht inaktiv ja ich würde es interessiert ja ich würde es interessiert ich kann gar nicht ach egal ich würde es interessiert eh gar nicht sehr ruhig ok ich brauche mir den weg noch ein bisschen weiter wir sind allerdings bitte ja interessiert dich wahrscheinlich auch nicht aber jolt great yolt ok die anderen lol ich knockbacke sie gleich mal runter ja wenn du nichts dagegen hast da kann ich sagen was weiß es ist bei OBS ich hab ja neuerdings ob er ist es auch da man kann ja auch das sind die langweiligen das ist mir ganz neu von der kleine schlawiner wer die ohne lecker alle drei jungen mitbekommen ich schlack mal lieber mit der spitze ach ich habe ja keine hohr Echt! Muuuut, mutt, 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 mutt! Ah, ich hab ihn sogar abgestaubt! Mag diese Spaßmahne nicht antworten? Was denn? Was wollst du denn? Spiegwischmee! Ah, keine Ahnung. Soll ich auch in die Mitte kommen? Wie du meinst. Ah, dann könnte ich dir helfen, Opfer zu knechten. Oh lol, da baut sich eine richtig weit um. Mann, das ist doch hier. Longweilig! Ja, Mann ey. Ich komm jetzt in die Mitte, dann wird wieder Spann. Ja, okay, ich komm gleich in die Mitte. Das Spackkrab. Okay, ich bin tot. Äh, du Apo. Falls dich das interessiert, aber ich glaub nicht. Hast du irgendwelche Themen anzusprechen? Wie geht's dir in real life? Nee, das geht mir ja gut. Hast du da auch nur einen Zahn wie auf deinem Skin, ja? Nein. Ich hab heute bis 12 Uhr geklafen übrigens. Ja. Nicht ernst gemeint, du Penner. Penner. Und ich bin mit 3, ja um 3 Uhr bin ich ins Bett gegangen. 3 Uhr morgens. 3 Uhr. Äh, 3 Uhr morgens. Ja, das geht bei dir ab. Das ist so spät. Das ist sehr spät. Aber ist egal. Wir sind Team Blue, ne? Das sieht man ja da oben hier. Ja, wir sind Team Blue, ne? Das sieht man ja da oben hier. Ach, ihr seht ja gar nicht meine Maul. Doch, das seht ihr, stimmt. Äh, ich hab nur zwei Gold. Hast du auch noch Gold? Ja, ich hab zwei Gold. Juhu. Aber ich geb's dir den nicht. Ha, 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 doch krieg ich... Okay, dann komm ich von wo. Ja. Juhu. Ich kack dir Gold ins Gesicht. Das muss wehtun. Man, ey. Hast du Essen? Nicht so... Ja, ich hab Essen. Hilf mir mal, please, was zu essen. Ja, ja, ja. Das muss Architekten trinken. Architekten? Architekten trinken müsste. Find ich nice. Das tut zur Info. isch. Ach, ja, ich bin auseinanderzuschieben. Ach, nein, ich will auf neu starten. Nein. Nein. Neiiin. Der Torst... Soll ich mal das Bett einbauen vielleicht? Ich auch, wegen Lex. Nein. Nein. immer diese kleinen ok das gewinnen wir mit sicherheit was macht du sonst in deiner freizeit wenn ich jetzt das bett kriegen würde ich war schon auf der treppe das wäre das wäre der schott des tages wenn ihr die runde sehen dann werden wir gewinnen vielleicht auch nicht vielleicht auch zu faul ich glaube ich sogar hochgeladen heute ist der der 31 der hallo der hallo nicht kennen der hat der unten ist ein geheimer goldspawner geht doch dahin ja das geld ist doch schon gespawnt das ist ein komer der reihe von pfp erneuert heute gewonnen wir haben gewonnen du hast immer recht ich hab zwar noch gar keine doch ich hab ja ich hab immer recht ja und du nicht sagst du hast einen Bogen sag das nicht nochmal äh checkt Luapos Youtube Kanal natürlich auch mal auslinken in der Videobeschreibung auf meinem Youtube Kanal ja trotzdem sei ruhig du hast oh nice ok gg wir haben gewonnen ich kann nichts in den Chat schreiben wegen da seht ihr den Grund ja ich hab ich hab was hab ich geschrieben opfer also so geschrieben hab ich das opf und dann a ja ich würde sagen wir hängen an der Runde hier dran ja ok wir sehen uns noch einen Cut wieder bis gleich und schimpfen hallo mein liebeschwartan und willkommen zurück nein so einer neuen Runde nein nein das ist nicht die neue Runde das wird noch hinten ran geschnitten ja aber das ist eine andere Runde gerade eben ok diesmal haben wir eine andere Taktik was ist deine Taktik fast bisschen und ich geh die Opferknechten ok du mit deinen Opferknechten alter ne wenn ich dich erwische du wirst du so hart gewirkt alter ok was ich steh grad ne ja wir sind gleich mit den nein ne die anderen sind weiter damit äh soll ich dir irgendwas mitbringen äh bring mir Blöcke not back stick oh nein das ist schon zu Ende ja ja wir sind nicht erste Bitte wenn ihr nicht kommt und Schokolade Schokolade was product placement nachschloss ok wie ich bin äh die Map Hollow von den Pixelbeestern vergessen zu sagen manche interessiert das ja vielleicht auch gar nicht steht ja auch äh direkt im Chat ähm und ja da Pixelbeestern da hat immer einer geschrieben forever alone ok den Typ mag ich nicht wie so ein Team Rot das ist ja traurig das ist ja traurig das ist ja für immer seine oh lol oh lol oh lol oh lol ich bin schlechter in FKP geworden ja schreibs in die Kommentare ich bin schlechter in FKP geworden oh wir sind ja schon groß um entschuldigt ich bin eigentlich besorgt noch ein bisschen Holz so Holz? ja baust mit Holz ein alles gut Gold du baust es mit Goldblöcken ein finde ich auch gut das kann man mal machen ne? ja kann man mal machen oh guck mal ich hab gewonnen sieben Haft alter der hat caps geschrieben deswegen sieben Haft hui oh scheiße scheißen scheißen was macht der denn? der Typ alter wieder lol der hat eigentlich not back oder leckt der wirst du scheiße? wer 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 der gerade zuletzt ne lol nein Hilfe ist lecker oha nein bitte ok ja ich teile nicht aus es hat gerade geleckt und ich backe wie ein Stück Kacke na nein aber ich hab's zu ich hab's geregelt ey dann müsste halt einer den Bogen glaub ich und der wird uns abschießen ja dann können wir uns ruhig abschießen alles wird gut ähm ähm ok kann man mal machen ja ja kann man machen der hat ein halbes Herz der Typ ich hab ihn der andere leckt wie ein Stück Kacke alter den schlag ich grad mit dem Notbackstick kaputt alter ich hab den mit dem Schiffkacken nicht der hat 4,5 Herzen 2,5 Herzen 1,5 Herzen 1,5 Herzen ein halbes Herz und er ist tot und es leckt schon wieder na jetzt nicht mehr nur 3 Gold oh oh da ist ein Wollen wir unser Bett übergucken? ja ich hab für Gold ich hab für Gold ich weiß nicht warum es so ich hab nichts offen außer Team Spiel woher und hui huuuuui ok ich hab die Gold willst du sie haben? nö mh da muss ich mich ja extra equippen jetzt boah ey das wäre dann Gold hat noch dann dann mach ich mir das 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 ok jetzt pvp-kampf in der Mische und ich hab ein Gefühl pvp also ein Player versus ein Player ja wir sind auf dem Monat ja ne da bin ich ja gebarrt haha haha erzähl mal warum äh das geht ja das stimmt wirklich er wurde wegen irgendwas mit Notback Scheiße ähm gebrannt er hat ganz er hat ganz normal mit mir gespielt ohne Witz dann wurde er aus aber das weiß ich ja er hat ne Block jetzt kommen er kann das gut na er kann er gut weiß ich nicht doch kann ich ja ok was da ist einer mit weißem Schwert der grüner Achtung der hat wenig Herz ja ich hab noch einen ich hab noch einen runtergeflägen geschlafen oh ich geh mal wieder zurück tschüss sah grad so aus als ob blau und grünen Team der kriegt mich dicht der sagt oh Gott der Kopf gelber echt oh man eben meine Hand juckt oh ich kann nichts machen nein du musst was überlegen oh juck oh oh nein der kommt der hat ein halbes Herz wer den snack ich mir jetzt alter oh lol ich hab ihn one hit seh mal ein paar Spitzacken soll ich auf irgendein Team mal versuchen zu gehen oh komm her oh oh lol wie ich ihn einfach nicht treff unser Maid macht doch schon oh mein ja was macht der stash ping warum hab ich ihn alter jo was mach ich denn gerade nebenbei äh 40 112 112 112 55 sonst hab ich meistens 15er ping was geht ab oder naja ich hab ein 16er jetzt hab ich ein 17er wieso hast du so'n krassen alter und ich so'n 150 ja ich hab so'n krassen achte noch jo goldiger ich hab auch so'n dopping gehabt oh nein wollen wir hingehen okay nicht hast du mal Blöcke nein sein Telefon in der Aufnahme so heißt die Folge komm ach du hast keinen Blöcke ach komm lol einmal getroffen noch ja komm einfach ich hab nur ein Block im Inventar ein Block okay komm wir lenken sie ab okay ich lenke sie ab und du brauchst das später okay mach ich oh 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 ich bin tot witzig sehr sehr witzig so warst du tot alter wie lange übernimmst du denn oh mein Hund sorry für meinen Hund äh ich kann nichts dafür witzig 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 weil grad die Postpreise kam alles geht okay ähm ich equip mich jetzt das beste ach scheiße ach scheiße hast du's Bett ähm irgendwie passt grad der Server weil ich kann keine Blöcke abbauen ja das hatte ich auch schon mal ne oh Mann ey ich kann keine Blöcke neben mir abbauen ja das bucht rum wie gesagt das bucht ich komm zu dir warte versuch zu überleben hilf mir versuch zu überleben ja nein nein ich bin tot weil ich konnte ich konnte einfach keine Blöcke abbauen oder neben mir waren ja da 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 wo sind wir doch ne ja sind wir doch richtiger dover pack ey dover bug dover bug ja hallo halloi das war nur weil der Hacker drin war oh lol alles alles ui ui nein ui 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 das wollte ich nicht warum war dieser Typ da? der darf kein Typ sein warum darf der Typ kein Typ sein? lass ihn typ sich typ sich sein ich hab ihn getötet, aber da wurde ich getötet ich stell dir Fragen, ja Loapo? wie war es in deiner Kindheit? schön was hast du gerne gespielt? lego man, warum krieg ich denn so'n krassen Not-Weg, alter wieso krieg ich nicht so'n krassen Not-Weg? weil du ein Hacker bist, das wissen wir alle nicht ach ja, stund ja, tut mir leid tut mir leid, tut mir leid, aber mega aber illegal, warum sagst du illegal Sachen? warte, ich hab dich illegal in diesem ich hab zwei Gold und ein Flieder ein Glieder? ja, Flieder was wenn ich verwirrste wieder? wir haben insgesamt, wir haben insgesamt drei Gold ich stell gerade ein bisschen was auf ich geh jetzt einfach drauf so schön, schnell, schön Maximum, groß, so hier ein bisschen Action in die Folge bringen komm, hab ich so wenig irgendwie ist weil du fremst Christi genutzt hui wieder runtergemacht also, ich könnte Hilfe gebrauchen ja, ich komm doch grad, ich bin grad hinter dir durch alt in der Tat, meine Sieg in der Tat Alpertin die würde einfach erschlagen oh, den müssen wir irgendwie ein bisschen töten lenkt die ab, lenkt die ab oh, ich bin tot in der Tat uah, lol, nice ich hab sie abgelenkt für dich ich hab ich hab das Bett, ich hab das Bett geholt in der Tat ja, ich hab das Bett ich hab das Bett ich hab das Bett ich hab das Bett in der Tat in der Tat hat er das Bett in der Tat ja, ich grönte die einfach alle nur lol, tut sie schön aua, 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 aua lol, ich kann die Leute nicht schlagen oh, der hat den Eigenschwerte nehm das hab ich immer jetzt gut hingekleckt übend bin ich irgendwie nichts eingespielt warum bin ich nicht eingespielt ähm setz ich mal richtig hin ja, dass sie und dann und dann läuft alles besser läuft alles besser und dann musst du dir Ich muss mich da gut umsonst nicht anmachen. Okay, nein, mach ich nicht. Doch, nicht auf den Skiller, muss ich so sie anmachen. Die hier! Er hat 2.5. Herzen! Auf! Der Tür ist da. Scheiße! Was hast du mir das denn nicht gesagt, Alter?! Ich dachte, dass er sie ist da, jetzt muss er da. Aber, Skiller. Ich heiße ja wirklich, dass Skiller ist. Unser Maid denkt sich so, warum muss ich alles alleine machen? Ich habe ihn einmal gehittet. Ja, der hat da jetzt, jetzt hat er wieder fünf Herzen, weil du ihm einmal gehittet hast. Doch, Mann. In der Tat. Nein, ich muss gucken, wieviel er hat. Alter, was hat unser Maid für ein Zehn? Viereinhalb, dreieinhalb meinte ich. Gott, Alter. Ich habe die paar Blöcke mitgenommen, könnte ganz hilfreich sein. Oh, oh, ich hätte ihn fast runter gehittet, hast du es gesehen? Ich sehe, dass du einen Augenwinkel hast. Augenwinkel? Du hast einen Augenwinkel? Augenwinkel. Mein Name ist in der Tat Augenwinkel. Ja, hängt dich schwer auf einmal drin. Wie soll ich das gemacht, wenn ich so wohl? Wohin, 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 wohin. Ich habe mir das Eisen von ihm geholt. Jetzt hat er kein Eisen mehr. Jetzt ist er traurig. Traurig? In der Tat. Weg, komm, wohin. Aber der ist echt low und er hat kein Eisen. Blow him. Bei mir ist irgendwie die Truhe unsichtbar. Die Truhe unsichtbar? Oh, scheiße, ich habe mir die Truhe gezacken gekauft. Ja, die hat bei mir keine Textur. Aber was hast du denn heute gerade für einen Hexler weckt? Und? Immer noch meins. Also, na, ist Wex Vanilla, aber mit meins Hauns. Wie ihr hört, die will das ja auch spacki, nee. Denkst, unser teammate ist gut? Nein. Doch, der Typ hat den auf anderthalb Herzen runtergebrügelt. In der Tat. Was hältst du eigentlich von dem Unsichtbarkeitsplan? Alles easy, get wrecked! Ja, denk ich will auch immer. Aua, ich bin da sowieso ganz tot. In der Tat. Okay, ähm, brauchst du Hilfe. Null! Da sind die Truhe. Komm, wir holen uns mal die Ressourcenkunde. Vielleicht hat der was mit seiner Truhe. In der Tat. Vielleicht hat der überhaupt keine Truhe. Oh, ein Kuchen. Setz ich immer ins Kuchen. Ja, da ist eine Truhe. Ach, schon süße. Oh ja, geil, Digga. Ich mach grad nur mein Job. Hey, lol, wie hast du das gemacht? Achso, ja, ich weiß. Du hast dir das rausgenommen. Ich dachte, du hast es so auf einmal runtergebracht. Mein Eisen. In der Tat. Wir haben 31... Oh, wir sind gleich tot, glaub ich. Wir haben 31... Eisen in der Kiste. Wir haben 31 Kisten in Eisen zu Hause. Weiß, ja. In der Tat. Oh, lol. Immer wenn wir nicht kämpfen, lass das. Achso, ja, wir sind tot. Ja, definitiv. In der Tat. Oh, easy, get wrecked, Alter. Hahaha. Und der Bett ist fehlt noch, ne? Äh, in der Tat. Die Map ist ein bisschen... Ich stell mal das auf. Ich freu mich schon auf heute Abend, weiß ich warum. Äh, gehst du? Nein, geh nicht. Die Bette auch nicht. Ah. Echt? Echt? Ja, ey. Ich geh da aber auch nicht. Ich mein, das... das ist schön. Da hätten wir noch junges. Aber nicht so ein alter Sack wie wir sind. Äh, wir brauchen Hilfe in der Welt. In der Welt. Wieso ist da einer? Oh, der ist tot. Der ist tot. What the fuck? Da oben ist ein Weg. Guck mal bei unserem Weg. Ich weiß. Das ist ein Weg über unserem Weg. Deswegen hab ich auch gesagt, wir sind gleich tot. Achso. Der hat einfach verlassen, der in der Mitte. Ah, so nur ab. Oh. Oh quep. Oh quep. Oh quep. Oh quep. Oh quep. Oh lol. Ich glaub ich start gleich mal mein PC-Boy. Äh, Boy nach der... Ja, du startest immer Boy. Ja, weil der Boy getötet worden ist. Ähm. Ja. Äh, ich weiß keine Ahnung was sagen. Auf jeden Fall, Boy gibt es nur unser Bett besser im Teil. Besser als sonst. Also nicht nur mit Blöcken, sondern mit Blöp. In der Tat. Mit Ensteinblöcken. Mit Ensteinblöcken. Ensteinblöcken. That fucking combo. Hm. Bist du wieder... Bist du wieder ins Spiel? Na. Weil ich hab mich jetzt richtig hingesetzt. Das muss ich zugeben. Ja, guck. Dann läuft schon alles hin. Hm. Weil wenn ich in Gun Game schlecht bin zum Beispiel. Hm. Das ist nicht einfach richtig hin. Hm. Was? Echt? Ja. Dann bin ich besser. Da liegt übrigens in der Brustplatte das von in der Küste. Was war die beste? Deswegen zieh ich mal nicht aus. Okay. Der Bus... Der Buspanzer ist verseucht. Ja. Ja, von den Küchen da. In der Tat. Ja. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Giant. 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 Giant Sword. Giant Sword. Okay. Soll ich dir so... Jetzt Karl. Mir geht's ähm kalt. Was? Kurz vor Halloween. Oh. Ist halt... Ein Lauf des Jahres, ja. Und soll ich dir mal sagen wie lang die Runde schon geht? Nein. Da steht sogar hier oben. Elaps... Elaps Time. Nein. 15 Minuten. Hm. Genau wie die Aufnahme. Dann würde ich mal sagen. Äh... Wir gewinnen jetzt selbst. Ja. Und dann war's für heute. Gewesen. Na für... Vielleicht kommt heute sogar noch ein Video. Für die Entschuldigung... Für das letzte Mal. Halloween Special. Ohne Halloween Special. Ohne Halloween Special. Ohne Halloween Special. Ohne... Und das hart. Gute Idee. Oberblau ist nur ein einer Welt. Ohne... Und das eine auf dem Weg oben. Ohne... Und blau ist easy... Ach das ist grün. Oh mein Gott. Du wolltest grad nen Bow kaufen. Ah... Ah... Arbeiten sauer runter. Ohne... 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 Ist gedown, Alter. Learn to play. To self. Ne... Wo ist denn Blow? Ohne... Wo hier liegen... Ach da hinten ist Blow. Ohne... Ohne... Fünf... Kannst du das sagen? Geh da mal zu. Blow. Ich auch. Komm bitte mit. Ich bin noch schon auf dem Bock und roll. Ah... Rennesse... Danke dass du für mich durch alle rennst. Hahaha... Wie viele waren hier bitte? In der Tat... Warte... Ach... Achtung da kommt einer. Ja... In der Tat... Hahaha... Der rennt einfach nicht. Und der kann nicht... Der trifft uns einfach nicht. Ich hab auch nen Bogen. Oh... Einer getroffen. Ja... Nochmal getroffen... Der zweieinhalbärzen... Oder ein Telefon ne? Stellst du das mal in der nächsten Aufnahme bitte aus? Alter... Komm... In der Tat... Aaaaah. Hilfe! Hilfe! Das ist Michael! 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 Ja, den muss man kriegen, den Knecht. Knecht Ruprecht. Wenn ist die Runde beendet. Was machst du jetzt nach der Runde? Ich mach nach der Runde PC noch starten. Oh, okay. Und PC noch starten und schauen. Okay, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Meine Freunde. Nächste Folge kommt Skywars. Freut euch noch. Mit neuen Kids. Mit neuen Kids, ja stimmt. Wir suchten das offline immer sehr, sehr hart. Richtig hart. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal. Und tschüss! Tschüss!